Dota 2 Glaub ich, darf man mal sein, deswegen ließ es ein bisschen länger, er hat ja die 14 Tage Zeit Ähm Mitgemacht, glaube ich, haben sieben Leute Für 31 mehr Platz gewesen, also ich habe immer noch Haufenweise Süß übrig Irgendwas mit 22, 23 Stück 24, ne 24 Stück Genau, 24 Stück habe ich noch übrig Ob ich noch ein Gewinnspiel mache bei dieser Regenbeteiligung, weiß ich noch nicht, vielleicht geben es auch so her Ähm Ihr seht ja jetzt die Gewinner, die er gewonnen hat, eingeblendet Was wir machen müssen, ist ganz einfach Mich hinzufügen ins Team, mich anschreiben Und dann gebe ich euch den Key Naja, ist ja kein Key, es ist ja direkt Dota 2 das Spiel Was ich euch über Steam geben muss Toll Ja, das war's auch schon Einziger Haken ist, ihr müsst dieses Video sehen, damit ihr das wisst Und der zweite Haken ist, ihr habt genau sieben Tage Zeit dafür Sollte sich nach sieben Tagen Keiner den Gewinner bei mir melden Dann Ähm Schiebe ich sein Dota 2 einfach wieder in den gesamten Pool hinzu Und das wird dann beim nächsten Mal einfach ins nächste Gewinnspiel einfließen, denke ich jetzt mal so Ja, das war's schon wieder von mir Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben Und viel Spaß bei Dota 2 Ich bin in der Zocker und ich sage, wenn wir es sehr gut Äh, so lang Ich akzeptiere deine Tod